Willkommen zurück zu Polytopia. Ja, heute wieder da. Und zwar mit den Xin Xi heute. Freundschaft, ein Gegner, verrückt und Spiel starten. Das ist jetzt echt doof. Also wir kämpfen auf jeden Fall gegen die Omaji. Die Sache ist die, da ist das Dorf. Da, genau da ist das gegnerische Dorf. Ja, genau so habe ich es mir auch gedacht. Ja, machen wir so. Ich glaube, ich muss wieder neu starten. So. Oder auch nicht. Moment mal. Ist das alles? Leute. Wow. Ich habe es geschafft. In drei Zügen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Das lasse ich auf jeden Fall drinnen. Oh Mann. Wow. Also, ähm, das ist ein Tutorial, wie man die Gegner schnell fertig macht. Vor allem, wenn sie Omaji sind und direkt neben eurem Dorf sind. Ähm, ja. Tutorial 100% fertig. Okay, das war also schon ziemlich krass. Ich würde einfach trotzdem sagen, wir versuchen es nochmal. Wir haben zwar schon 100%, aber, ja, es hat euch nicht wirklich viel gezeigt. Wenn ihr diesen einen Fall nicht bekommt, dann, äh, ist es halt schwieriger. So. Ähm, wir haben Wasser. Wir haben eine Menge Berge. Und wir haben die Xingsi. Sie können auf Berge steigen. Wir haben kein Fischen, kein Jagen, keine Organisation. Wir können also somit nicht, äh, die Stadt direkt verbessern. Deshalb nehmen wir uns hier die Organisation. Und zurückbeenden. Obst ernten. Nochmal hier hin. Ja, da haben wir direkt ein Dorf gefunden. Obst ernten. Und wieder Werkstatt. So, jetzt sind wir etwa auf dem selben Niveau, wie, äh, normalerweise die Bardo oder die, die Imperius sind. So, hier haben wir aber kein, keine, äh, kein Obst. Ja, das war das Wort. Vergessen. Ähm, ja. Können wir weiter nichts machen. Ich will auch nicht unbedingt da jetzt hingehen. Ich würde eher auf Bergbau gehen. Ich meine, guckt euch diese ganzen Minen an. Guckt euch das Gold an. Ja. Ja. Darum geht's bei den Xingsi. Die kümmern sich nur um das Gold. Also, Bergbau. Oh. Ah. Okay. Wir kriegen's doch noch zum Upgrade. Da. Einmal zumindest. Und dann gehen wir einmal da lang. Ich glaub, wir sind auf einer Insel. Ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass wir auf einer Insel sind. Ruine. Sehr schön. Da können wir gleich hingehen. Ähm, da. Ein, zwei. Und noch eins. Davon holen wir Ressourcen. Und direkt noch eine Mine. So, dann gehen wir auf die Ruine dort. Holen hier das Dorf und ernten schön Obst. Nochmal plus eins Werkstatt. Ich würd' sagen, wir holen einfach noch einen Krieger. Hier muss ich nämlich noch gucken. Könnte nämlich sein, dass wir doch nicht auf einer Insel sind. Schilde. Äh. Was soll ich damit machen? Wir bringen Verteidiger nichts. Wenn ich Schwertkämpfer haben kann. Ja, die machen bei der Verteidigung genauso viel Schaden. Also hier, Schwertkämpfer. Haben Verteidigung drei. Verteidiger haben Verteidigung drei. Aber Schwertkämpfer haben nochmal zwei mehr im Angriff. Deshalb bringt mir das nichts. Das bringt mir einfach nichts. Ich hol mir hier die Schwertkämpfer. Ich würd' gerne noch wissen, was hier hinter dem Nebel ist. Werden's nicht herausfinden. Okay, wir sind auf einer Insel. Oder? Ah, da ist noch eine Möglichkeit. Da gehen wir auch mal hin. Und sonst noch hier. Einmal Grenzwachstum. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Und hier eine Schmiede. Ich find's, das sieht super aus, wenn die Schmiede immer größer wird. Pack des Glücks. Gut, machen wir hier hin. Und kriegen gratis Ressourcen. So, also. Okay, wir sind auf einer Insel. Sehr gut. Das mag ich eigentlich recht gut. So, hier haben wir noch Philosophie. Das müssen wir auch noch machen. Ähm. Ja, hier könnten wir eine Schmiede hinmachen. Oder eben hier. Erstmal gucken. Nur ein Berg. Leider. Hätte ja auch ein Berg mit Gold sein können oder so. Ah, lieber nicht. Sonst hätte ich mich geärgert, weil ich da halt nicht rankomme. Also, alles gut. Und da haben wir die Omaji wieder. Naja. Einfach einen Schwertkämpfer ausbilden. Und dann das hier. Und dann fischen. Oh, und wir haben, wir haben eine einzelne Wahl. Aber ist nicht schlecht. Und da haben wir auch schon die Omaji. Super. Wo setzen wir dann gleich das hin? Ich glaube hier hin. Wir machen es hier hin. Dann haben wir gleich den Riesen. So. Gehen wir mal kurz so. Gehen wir dann so. Und dann schlagen wir den. Ach, wir haben noch einen Riesen- äh, noch einen Wahl, meine ich. Hier einen Wahl. Und noch einen Wahl. Und dann können wir gleich Segeln machen. Äh, Aquatismus und Navigation. Und dann haben wir alles fürs Segeln. Sind wir perfekt vorbereitet, in den See zu stecken. Wow. Ähm, da. Das ist meine Antwort drauf. Hier haben wir den Hafen. Da haben wir unseren Riesen im Boot. Autsch. Äh, ich würde jetzt mal was Ungewöhnliches machen. Und zwar das da. Und dann, ich weiß, das ist dumm, sollte man eigentlich nicht machen, aber ich holze jeden jeglichen Wald ab. So, Wald, Wald, nochmal Wald. Und dann holen wir uns hier ein Schlachtschiff. Dann gehen wir hier hin. Und dann, seht ihr schon, können wir den da angreifen. Oh, und hier gibt es noch einen Wahl. Das heißt, wir müssen den, äh, das, diese Stadt hier unbedingt verbessern. Dafür brauchen wir einfach nur hier eine Schmiede, dann kriegen wir das locker hin. Und ansonsten, äh, nichts erstmal. Gut, so, dann machen wir hier eine Schmiede hin. Und dann gehen wir auf Grenzwachs, oh, erstmal Ressourcen. Ah, schade. Ich dachte, das, das könnten wir direkt machen. Leider doch nicht. Ah, Piraten. Wir haben dafür Piraten getroffen. Oh, zwei Wale. Es sind zwei. Zwei Wale. Und das hat natürlich auch nicht geklappt. Egal, wenn man hier einfach noch, noch einen draus. Äh, ich muss gucken, ob die hier oben sind. Und, ich meine, ich glaube, hier ist ein, eine Stadt, nee, hier, hier ist eine Stadt. Ich weiß aber nicht, ob hier oben noch eine ist. Kann sein. Ähm, müssen wir überprüfen. Deshalb, Augen auf, Ohren auf. So. Der greift uns an, dann greifen wir die auch an. Und dann sollte das ganz gut klappen. Noch ein Schlachtschiff. Setzen wir mal das da. Und greifen wir den da an. Greifen wir den da an. Gehen wir hier ein Stück zurück und greifen den da noch an. Und gehen hier nochmal zu Wasser. Gehen hier zu Wasser. Und da. So. Dann machen wir endlich hier den Hafen ein. Dann machen wir hier Grenzwachstum und schnappen uns einen der Wale. So, dann können wir hier, ah, hier einmal angreifen, hier einmal angreifen, äh, hier einmal angreifen. Ich würde sagen, hier könnten wir auch einen Hafen bauen, damit wir da überprüfen können, ob da irgendwas ist. Äh, Schmiede. Sehr schön. Sehr gute Idee. Grenzwachstum, okay, hier ist kein Dorf. Aber wir könnten ja von hier aus da angreifen. Also ist das auch gar nicht mehr so dumm. So. Wow. Das hat wirklich sehr viel gebracht. Ich würde sagen, wir übernehmen gleich diese Stadt da. Weil die halt recht, recht leicht ist. Ähm. Dazu müssen wir den da entfernen. Dann können wir da hin. Dann können wir hier hingehen. Und das vielleicht einmal verbessern. Und dann den da angreifen. Dann können wir uns auch hier den Wale holen. Hoffentlich. Dann gehen wir hier noch zu Wasser. Und hier holen wir noch den Hafen. Damit wir noch eine super Einheit bekommen. So, hier noch Tor der Macht. Und noch mal Obst ernten. Dann bekommen wir hier auch noch eine schöne Super Einheit. Sehr schön. Das klappt wunderbar. Und dann haben wir auch schon die erste Stadt, die wir übernehmen werden. Oh, wow. Und hier können wir alle massenhaft drauf gehen. Und keine Chance haben. So, das ist jetzt meins. Und hier können wir leider nicht viel machen. Naja, egal. So, der da steht mir ein bisschen im Weg. Ich würde nämlich gerne hier hingehen. Und dann den da angreifen. Das reicht leider eigentlich ganz für ein Upgrade. Oh, da haben wir eine Ruine. Zur Ruine gehen wir auch noch. Ganz bestimmt. Ganz sicher. So. Dann greifen wir den da nochmal an. Äh, Tech Tree. Tech Tree. So. Ach, wir können eigentlich irgendwas machen. Der einzige Grund, warum ich das mache, ist einfach, um den Turm der Wissenschaft zu bekommen. Da kriegen wir auch schon ein bisschen Schaden reingedrückt. Gehe ich auch einen Schritt zurück. Und da gehe ich... Warte, das können wir mit dem machen. Dann verbessern wir den. Gehen wir hier hin. Können wir von der anderen Seite auch noch angreifen. Machen wir noch so. Und ich wollte hier eigentlich noch zwei Hilfen hinsetzen. Damit ich da diesen Fall bekomme. Ich will den Fall unbedingt haben. So, dann greifen wir da nochmal an. Aua. Ja, okay, der ist... Ah, doch nicht? Wow. Ich dachte schon, der greift mich an. Also, dass... Dass der da... Den da angreift. So, daraus machen wir auch noch ein Schlachtschiff. Äh, da müssen wir ein Stück zurückgehen. Da müssen wir definitiv ein Stück zurückgehen. Da gehen wir aber ein Stück vorwärts. Greifen den an. Ja, noch mehr Piraten. Sehr schön. Oh, Mann. Wir haben nicht genug für den Hafen. Leider. Okay. Das ist jetzt das Erste, was ich mache. Egal, was passiert. Aber wir holen uns jetzt hier noch einen Hafen. Noch einen Hafen. Und... Juhu. Wallfang. Jetzt müssen wir den unbedingt angreifen. Und dann könnten wir so machen. Und am besten hinterher noch... 1, 2 Schwertkämpfer. Ich würde sagen, wir greifen hier an. Und verbessern den da... Zum Schlachtschiff. Und dann müssen wir unbedingt den angreifen. Und den angreifen. Sonst machen sie mir am Ende noch Schaden. So, da können wir nochmal angreifen. Den können wir einmal verbessern. Den können wir auch nochmal angreifen. Wow, der hat immer noch einen Leben. Aua, aua. So. Okay. Ich glaube, das war schon so ziemlich für den. Greif nochmal da an. Ja. Da haben wir die Stadt übernommen. Hier holen wir das auch. Einfach. Einfach drauf. Einfach drauf. So. Der kann mir nichts mehr tun. Und... Moment. Sterne einsammeln. Erster Start. Und... Zweite Start. Omaoji zerstört. Die haben hier aber viele Bauernhöfe, muss ich mal sagen. Wow. Okay, ich werde ihnen... Ich werde ihnen eine Ehre erweisen. Okay? Hoffentlich. Moment. Äh, ich packe hier einen Bauernhof hin. Ja. Ich wusste es. Das hat ganz gut geklappt. Äh, können wir hier noch einen machen? Ich glaube, das wird nicht reichen. Man kann es trotzdem mal versuchen. Äh, ja, wir werden eh nur einen bekommen. Also... Ja, tut mir leid. Äh... Ong... Ong... Haie? Keine Ahnung. Ong... Haie oder so. Gut. Spielbänden. Ja. Nicht das Beste. Geht besser. Natürlich. Mit 100%. Ähm... Ja. Gut. 84. Das ist doch nicht schlecht. So, Leute. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Beim nächsten Mal holen wir uns die Umagi. Und... Tschüss. 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 Tschüss.